Am 15. März ist ein wichtiger Termin im Kanton Bern und zwar muss man dann seine Steuererklärung abgeben. Ich gehöre zu den Menschen, die sich gerne mal davor drücken und jetzt merkt, ups, jetzt muss ich langsam Gas geben, weil ich möchte ja nicht eine Buss kassieren oder eine Verlängerung machen und, und, und. Wie man die Steuererklärung möglichst effizient hinter sich bringt, das erklärt uns jetzt der Steuerexperte der KPMG, Hans-Jürg Steiner. Herr Steiner, wie mache ich jetzt das, dass ich das möglichst schnell und schmerzlos hinter mir bringen kann? Natürlich ein Ziel nehmen, dass wenn er der nächste Wüste Sonntag oder Samstag ist, dass er dann in dieser Zeit möglichst rasch herrsitzt und die Steuererklärung ausfüllen. Dazu als Vorbereitung braucht es sicher, dass er, wenn möglich, das Jahr laufend schon alle Belege in so einem Ordner ablegen und dass er dann herrsitzt mit der Wegleitung auf der Seite 7, wo es die entsprechenden Angaben hat, was er alles braucht, Lohnausweise, Krankenkassenbeiträge, dass diese Sachen auch vorliegen. Wenn ihr dort mit dem Nennen starten könnt, weil das ist meistens die grösste Arbeit, dass ihr das zusammensammeln müsst, und nachher könnt ihr herrsitzen, online das Ganze ausfüllen, dann habt ihr sie rund eine halbe bis drei Viertelstunde erledigt, wenn ihr da nicht noch Liegenschaften nebendran habt, oder x vielfache Konti von Banken und Aktien. Also die grösste Arbeit ist sicher, die Belege zu sortieren und das Eintöckeln, sagen wir, ist nachher der kleinste Teil, oder? Das ist ja so. Das ist heute wirklich im Cantaberno sehr praktisch mit dem Tagsmeonline, welches ihr das effizient erfasst könnt. Ihr werdet dadurch auch geführt. Und darum ist die Vorarbeit, das ist eigentlich die Hauptarbeit, die es machen ist, die Belege zusammenzusuchen. Ich habe mal beim Steueramt nachgefragt, und Sie haben mir gesagt, dass 536'888 Leute das online oder mit einer CD auf jeden Fall am PC gemacht haben, und nur noch 75'042 Personen auf Papier für das Steuerjahr 2016, also der Trend ist klar. Aber ganz ehrlich, für mich fühlt sich das immer noch so an, als hätte ich etwas falsch gemacht, als würde ich gestraft werden. Wieso macht ihr euren Job gerne? Was gibt euch die Freude? Es ist natürlich spannend, oder? Es ist auf der einen Seite das Zahlen, aber hinter diesen Zahlen sind ja auch immer wieder noch Sachen, die da liegen. Das sind ein Verhältnis von Leuten, die man beraten kann, spannende Geschichten, die dahinter sind. Und das muss dann eben auch in einer Steuererklärung irgendwie abgebildet werden. Jemand hat ein neues Boot gekauft, da kann man sich auf der einen Seite freuen, dass sich der da, eben nicht, wenn er die Steuererklärung ausgefüllt hat, mit diesem Boot hier wieder, der Sommerdürfer genügen kann. Aber es muss halt auch hineinfliessen, oder? Dann kommen heute auch Sachen mit dem automatischen Informationsaustausch, das hat man ja auch überall jetzt schon in der Presse gelesen, dass die Meldungen dann zukünftig werden kommen, und ausländische Bankkonten beispielsweise, die nicht angegeben und nicht deklariert sind, in die Schweiz der Steuerbehörde gemeldet werden. Dort gibt es ja die straflose Selbstanzeige, die man unter Umständen machen muss. Und da sind viele Leute auch sehr emotional betroffen und wollen das nicht machen. Und dann gehen sie zu einem Steuerexperten. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, aber ihr hättet jetzt tatsächlich einen Aspekt können mir aufzeigen, wie eine Steuererklärung spannend sein kann. Bei mir ist es halt weniger spektakulär, ich habe vielleicht ein Sparbüchle und ein Konto und that's it. Ab wann lohnt es sich, einen Steuerexperten aufzusuchen und zu sagen, hey, es gibt doch solche, die das für 70 Franken schnell einmal ausfüllen. Ab wann lohnt sich das? Man kann dort ja keinen Frankenbetrag per se sagen. Es lohnt sich in den meisten Fällen, sobald sich und wie ein bisschen komplexer wird. Oder dass man in eine Planung reingeht, man hat beispielsweise ein neues Haus, das man erwerben möchte, und man muss das noch umbauen. Und dann macht es sicher Sinn, dass man zu einem Steuerexperten geht, wo man dann erklärt, was kann als Unterhalt geltend gemacht werden und was gilt als wertvermehrend für eine Liegenschaft. Oder jemand, der sich vorzeitig pensionieren lässt, dass man dort Überlegungen macht, wann soll man einen Bezug machen aus der Pensionskasse raus, was soll man damit machen und vor allem, was hat das auch für steuerliche Folgen. Und bei jemandem, der eine sehr einfache Situation hat, wie bei mir jetzt, würde er da auch noch einen Experten empfehlen, oder braucht er es eigentlich gar nicht? Da würden wir wieder gegen unseren Berufsstand reden, oder? Selbstverständlich. Es ist sicher auch mal gut, wenn man sagt, nach Jahren wieder einmal einen Refresher zu machen und vielleicht auch noch einmal einen Experten zu konsultieren und zu sagen, du hast eine halbe Stunde mal Opfer und diese Sache durchschauen, ob alle Abzüge gemacht sind worden und alles korrekt ausgefüllt ist. So eine Review, das lohnt sich immer wieder zu machen, dass man auch eine Sicherheit hat, dass man nicht irgendetwas vergessen hat und dass man vielleicht auch Hinweisen rüberkommt, wo man was noch verbessern kann. Also Steuerexperten darf man sich ja relativ schnell mal nennen. Wie weiss ich, ob jemand jetzt seriös ist? Weil ich denke, so für 70 Franken machen wir die eine Person das. Können die das dann wirklich? Gut, da gibt es unsere Ausbildung, das ist der diplomierte Steuerexperte, der ein geschützter Titel ist, oder? Und diese sind dann auch wieder zusammengefasst, die Fachverbände, und da ist einer davon, von diesen Fachverbänden ist beispielsweise Sexper Suisse. Und die Mitglieder von dort haben das auch auf ihrem Briefpapier und das auch als Qualitätssiegel entsprechend rausgegeben. Weil wir haben dort Ansprüche, für Weiterbildungen zu betreiben, dass das zwingend gemacht werden muss, sodass ihr auch davon ausgeht, dass die Leute auf dem aktuellsten Stand sind. Also zusammengefasst kann man sagen, für Leute, die einfache Verhältnisse haben wie ich, die kommen nicht darum herum, die müssen einfach die Belege sammeln, machen das in einem Ort nicht während des Jahres, dann habt ihr das relativ schnell erledigt. Und für die, die eine komplexere Fall haben, holt euch einen Steuerexperten, wie der Herr Steiner, der euch hier behilflich sein kann und deut euch dabei achten, dass es jemand ist, der seriös ist. Soviel zu den Tipps.